Herr Tobler, guten Tag! Sie würden gerne an die Börse investieren. Das ist eine wunderbare Idee, bitte. Nehmen Sie doch Platz. Sie wissen ja, Aktien bedeutet ein bisschen mehr Risiko. Sicherer fahrt ihr mit den Obligationen. Und zum Investieren, das könnt ihr über das Internet machen oder ganz einfach? Wir anrichten. Wenn wir hier unterschreiben. Hier? Genau. Wunderbar, Herr Tobler. Sie werden es nicht bereuen. Ich sage immer, an der Börse ist aller Anfang leicht. Ganz herzlichen Dank, Herr Tobler. Greift Ihre Bank zu, wo sie kann? Das war's. Das war's. Bei der Mikrobank gibt's Börsentransaktionen zum Pauschaltarif. 40 Franken übers Internet, 100 übers Telefon. Mikrobank. Es geht auch anders.